Wie wird man ein Marktführer? Mit Erfahrung und Innovation. Und von beidem steckt mehr in den Rapida Jumbos als in jeder anderen Druckmaschine dieser Klasse. KBA ist damit seit Jahren Marktführer im Großformat und im Verpackungsdruck. Beste Technik am Markt, sehr hohe Verfügbarkeit der Maschinen und perfekter Service. Darum sind wir schon seit 13 Jahren zufriedene KBA-Kunden. Mehr Format, mehr Leistung, mehr Automatisierung. Dazu die kürzesten Rüstzeiten. So wirtschaftlich produziert niemand sonst im Jumbo-Format. Was bislang nur im Mittelformat möglich war und teilweise auch da nur von KBA, das steckt jetzt in den Rapida 145 und 164. Ein Automatisierungsgrad, der seinesgleichen sucht. Es macht mir große Freude zu sehen, wie viel Energie KBA in die Entwicklung von Innovationen steckt, die unserem Markt zugutekommen. Angefangen mit der revolutionären Anlage, die vollkommen ohne Ziehmarke auskommt. Dieses System, Drivetronic SIS, ist die Voraussetzung für die extrem hohen Geschwindigkeiten der Rapidas. Hohe Genauigkeit und selbst bei empfindlichsten Bedruckstoffen keine Markierung. Für diese Innovation wurde KBA vielfach ausgezeichnet. Und mehr noch. Auch der Plattenwechsler Drivetronic SPC ist jetzt im Großformat erhältlich. Er wechselt nicht nur vollautomatisch, sondern simultan. Nicht einmal zwei Minuten brauchen die Rapida Jumbos für den gesamten Plattenwechselzyklus. Das ist Weltrekord. Hinzu kommt, die Register sind bereits voreingestellt, dank Plate-Ident-Kamera. Und während die Druckplatten ausgetauscht werden, kann gewaschen werden. Gummituch und Druckzylinder, alles simultan mit Cleantronic Synchro. Dazu viele weitere Rüstprozesse. Hier spielt die Rapida in einer eigenen Klasse. Selbst die Lackform kann parallel gewechselt werden. Und das nicht nur, wenn die Maschine steht und umrüstet, sondern sogar bei voller laufender Produktion. KBA bietet uns die modernsten und innovativsten Maschinen am Markt. Außerdem ist das Unternehmen solide und das gibt uns ein gutes Gefühl. Das Rasterwalzen-Sleeve zur Veränderung der Lackauftragsmenge kann jetzt ein Bediener spielend allein austauschen, während die Rapida weiter druckt. Wenn der Lackturm für eine Produktion nicht erforderlich ist, kann in ihm bereits der Folgeauftrag gerüstet werden. Auch die Airtron-Sleeve Airtronik-Auslage ist neu. Die Verlängerung liegt oben und verfügt über innovative energiesparende Trocknersysteme. Die VariDry UV-Trockner haben eine neuartige Strahlergeometrie und benötigen dadurch weniger Energie als bisherige UV-Trocknungssysteme. Mit einfachen Mediensteckverbindungen lassen sich die Module je nach Anwendung als Zwischen- oder Endtrockner einsetzen oder tauschen. Und dabei schont VariDry Blue sogar die Umwelt und spart Geld. Weil die aufgeheizte Luft mehrfach verwendet wird, sinkt der Energieverbrauch. Flexibilität ist eine Stärke aller Rapidas, auch in den Trocknern. Durch die genormten Einschübe lassen sich neben den klassischen auch innovative Trocknungsverfahren wie HR-UV oder UV-LED einsetzen. KBA bietet uns Kunden einen Mehrwert durch viele innovative Ideen und KBA ist technisch fortgeschrittener als die anderen Maschinenhersteller. Auch der Leitstand vereint jahrelange Erfahrung mit neuesten Technologien. Sofort sichtbar der riesige Wallscreen. Er bietet einen schnellen Überblick, beispielsweise über den Bogenlauf, über die Maschinenfunktionen und über die Druckqualität. Klar, dass sich an so einem Cockpit neben der Rapida viele Zusatzaggregate steuern lassen, zum Beispiel die Trockner oder der Puderdruckbestäuber. Und fast schon selbstverständlich darf man von einem KBA-Leitstand erwarten, dass der neue Auftrag hier geladen und voreingestellt wird. Auf Knopfdruck. Egal ob über ZIP4 aus der Druckvorstufe oder aus dem internen Auftragsspeicher. Dank umfangreicher Preset-Funktionen ist so an der Maschine kaum noch etwas einzustellen. Das Ergebnis? Klare Strukturen, weniger oder keine Bedienelemente, keine Rennerei. Neu hingegen, viele Messgeräte sind jetzt direkt in den Leitstand integriert. So kann zum Beispiel Ergotronic Color Control die Farbdichte online während der laufenden Produktion messen. Und Ergotronic ICR regelt automatisch das Register. Natürlich sind daneben alle bekannten Inline-Messsysteme verfügbar. Qualitronic Color Control zur Dichteregelung, Qualitronic Professional mit Dichteregelung und Druckbildinspektion, Qualitronic PDF zur Inline-PDF-Kontrolle und vieles mehr. KBA bietet uns das optimalste Gesamtpaket. Permanente Innovation gepaart mit Solidität und hervorragendem Service. Auch Non-Stop und Logistikfunktionen lassen sich vom Leitstand aus steuern, sowohl für den Anleger als auch in der Auslage. Nach Eingabe der Bogenzahl pro Palette laufen alle Logistikprozesse vollautomatisch ab. Wir sind schon seit Jahren sehr zufrieden mit der Zuverlässigkeit und dem problemlosen Laufverhalten unserer KBA-Maschinen. Oft sind es nicht nur die großen Dinge, sondern winzige Details, die das Arbeiten an den Großformat Rapidas besonders angenehm gestalten. Beispielsweise beim Farbwechsel. Keine Folien im Farbkasten und trotzdem dank Spezialbeschichtung in Windeseile sauber. Oder das Bogenformat. Es hat sich um ein paar manchmal dringend erforderliche Zentimeter erhöht. Auf 106 x 145 cm in der Rapida 145 und auf 120,5 x 164 cm in der Rapida 164. So lassen sich manchmal ein paar Nutzen mehr auf einem Bogen unterbringen. Seit wir mit KBA drucken, ist unser Leben einfacher geworden. Und dann ist da noch das, wofür der Name Rapida steht wie kein anderer. Die Geschwindigkeit. Auch die Rapida Jumbos sind und bleiben in ihren Formatklassen die schnellsten Bogen-Offset-Maschinen der Welt. Die Rapida 145 produziert in der Highspeed-Ausführung mit bis zu 17.000 Bogen pro Stunde. Die Rapida 164 mit satten 16.000 Bogen pro Stunde. Und das wie gewohnt bei einem Bedruckstoffspektrum vom dünnsten Papier bis zur stärksten Kartonage oder Wellpappe. Daneben sind die Maschinen für den Druck auf Bierfilz, Plastik und viele weitere Spezialitäten im Einsatz. Vergleichen Sie und entdecken Sie die einzigartige Vielfalt und Wirtschaftlichkeit. Rapida 145 und Rapida 164. Die Peak Performance Class im Großformat. Nur von KBA.